willkommen zu einer neuen runde und ab geht's ja mal nicht 63 schuss auch hunde da können wir kopfschüsse ist kommt 20 prozent auf alles außer auf tiernahrung diese schalldämpfer klempe die ist aber du machst nicht so viel schaden muss schon gut treffen aber wenn die kugeln um die ohren fliegen und man weiß nicht wo es herkommt schon gar nicht verkehrt das ist mies naja oder oben ist es oder hier hinter musste hier oben sein da ist es hast du geschossen nee alter ich wollte gerade das dix aufdecken und da wurde ich da oben zerpflückt von 10.000 kugeln das ist ja mal geil dass ich mal vor alter miese stück alter die man zu zweit glaube ich ja ja